...runter gefahren werden. Oh, gucken wir den beiden ins Gesicht. Nadine Kapellmann. Wie oft hat sie schon grandiose Ritte gezeigt im Grand Prix, im Grand Prix Special. Und wie oft hat Farbenfroh dann Dinge sehen mögen, die gar nicht da waren und seine Flausen im Kopf hatte, sodass man ihm vielleicht sogar den Spitznamen Farbenfroh geben konnte. Er braucht nur 80,55 Prozentpunkte zu zeigen in der Kür und dann ist er Weltmeister. Daumen drücken, dass die Kür funktioniert zur Musik von Udo Jürgens. Was macht sie jetzt? Sie muss nicht alles riskieren. Sie kann so ein wenig mit angezogener Handbremse reiten und dann wird für sie immer noch, denke ich, hier inmitten der Nacht von Jerez de la Frontera die Sonne aufgehen. pr ... ... ... ... Gewohnstarker Anfang mit seinen Stärken Piaffe Passage. Der Westfale von Freudentänzer, der zwölfjährige Wallach farbenfroh. Ganz geschickt gerettet, nur nichts überdrehen. Cool bleiben. Daumen drücken für Nadine Kappellmann. Eine weitere Stärke von farbenfroh, der Schritt. Vielleicht die Musik so ein bisschen, wenn man sie umtexten würde, auf das Piaffe Passend anzuwenden. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Aber jetzt hier geht er auf seine dritte Prüfung bis jetzt richtig frei. Er war noch niemals Champion und wenn es so weitergeht, wird er es. Zumindest nicht internationaler Champion. Deutscher Meister wurden sie ja schon. Deutscher Meisterin im Dressort halten. Schön gelöst. Die Schrittsequenzen in dieser Kür finde ich. Ganz korrekt. Ich denke, sie können in Würseln, in Aachen und Umgebung schon mal langsam erkunden, ob ihr Kühlschrank noch da steht, wo sie ihn hingestellt haben und überprüfen, ob die Flasche Sekt auch drin liegt. Aus dem starken Galopp in die Pirouette und was für eine tolle Pirouette. Und das ist für ein Schöpfer. Und noch einmal, diese so schwierige Aneinanderreihung dieser Lektion, starker Galopp, Pirouette und noch einmal, fliegende Wechsel. Ja, da kann man nicht gleich in die Einer wechseln, aber ich denke, da wird sich nichts viel mehr im Resultat dadurch schmälern. Aus der Pirouette in die Piaffe, der Piaffen und Passagen, Künstlerfarbenfroh. Die letzten Sekunden der Kür. Ja, diesmal hat er nicht die Flöhe husten gehört, diesmal hat er auf seine innere Stimme gehört und die hat ihm gesagt, Junge, reiß dich zusammen, denn du bist der Champion. Das muss es gewesen sein für Farbenfroh, für Nadine Kapellmann. Der Weltmeistertitel in der Einzelwertung des Lesursports muss nach Nordrhein-Westfalen gehen, er muss nach Würselen gehen und er muss nach Aachen gehen. Mit Nadine Kapellmann und Farbenfroh mit diesem Ritter sind mehr als 80,55 Prozent. Und jetzt spielt es auch keine Rolle mehr, ob sie im Ergebnis 83, 82, 84 Prozent dann bekommt, ob Ola Salzgeber mehr hatte oder weniger. Ola Salzgeber wird Dritte, das steht fest. Und ich denke auch, dass Beatrice Ferrer-Salat Zweite wird, steht fest. Denn diese Kür hat alles klar gemacht für Nadine Kapellmann, für Farbenfroh, das muss der Weltmeistertitel sein.